Die Welt, sie dreht sich nur darum, jeder weiß genau warum. Weil ohne Liebe gar nicht geht, weil sich die Welt um Liebe dreht. Ja, ich bin ein Musikant, ich zieh gern das ganze Land. Die schönen Mädchen anzusehen, da bleib ich so gerne stehen. Da war die Sonja, war nur die Monika, auch die Elisabeth, sie war einmal im Netz. Auch die Carina, meine Christina, ohne euch wär sie halb so nett, die Musikanten will. Ja, so geht es Jahr für Jahr. Ja, einmal hier und einmal da, überall da, da war es schön, Gänsemann auf Wiedersehen. Bis er dann die eine sieht, über Nacht ist er verliebt. Bei der Hochzeit dann im Chor, da singen ihm die Freunde vor. Ja, da war die Sonja, da nur die Monika, auch die Elisabeth, sie war einmal im Netz. Auch die Carina, meine Christina, ohne euch wär sie halb so nett, die Musikanten wird. Auch die Carina, meine Christina, ohne euch wär sie halb so nett, die Musikanten wird. Liebe Waldmusikfans, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Und zwar am 24.05.2024 findet im Kurparkhotel in Bodenmais der erste Musikantenstande statt. Und ich habe die Ehre, das Ganze zu moderieren, da hat mich ganz, ganz herzlich gefreut, wenn der eine oder andere Musikant, Musikantin, die eine oder andere Gruppe vorbeischauen wird und den Abend ein bisschen mitgestalten. Und natürlich, wenn viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei waren, dass dieser wirklich schöner Abend wird. Also seid ihr alle herzlich eingeladen am 24.05.2024 im Kurparkhotel in Bodenmais. Ich freu mich auf euch. Servus!